Ja, guten Morgen, lieber Rainer. Ich habe deine Nachricht bekommen und schicke dir einen kleinen Gruß aus meiner Prometalis-Quarantäne. Ich glaube, meine Firma ist jetzt in der dritten Woche geschlossen, dadurch, dass wir Yoga-Lehrer, Masseure und so weiter ja nicht arbeiten dürfen. Insofern sind wir ja alle in einer Zwangsquarantäne sozusagen oder müssen zumachen, was natürlich erstmal eine Riesenveränderung ist, weil alles ist komplett auf Null runtergefahren und ich glaube einfach, man muss gucken, was man daraus macht. Ich habe ganz viel Zeit genutzt mit der Familie. Ich war so oft am Strand wie sonst nie. Tatsächlich wäre ich jetzt letzten Sonntag erst von einer zehntägigen Fortbildung von Mallorca zurückgekommen. Die ist Gott sei Dank im allerletzten Moment abgeblasen worden, aber man hatte natürlich vorher schon immer ein bisschen Angst, dass sie das eben nicht absagen, dass die Grenzen nicht zu sind und das wäre natürlich ein zusätzlicher Megaverlust gewesen. Aber so ist es fast ein bisschen gewonnene Zeit und ich habe fast der reinste Hohn, der Himmel ist blau, ein paar kleine Wolken. Richtig schöne Zeit am Strand, so oft und so intensiv wie glaube ich die ganze Zeit überhaupt noch gar nicht. Insofern hat diese Zeit auch was Schönes, so schlimm das ist, vielleicht ein bisschen immer mehr im Hier und Jetzt zu bleiben, noch gar nicht dran zu denken, was ist eigentlich in drei Monaten auf meinem Konto los. Aber irgendwie werden die Dinge sich schon fügen, ich weiß es nicht. Momentan mache ich ganz viel und versuche meinen Teilnehmern Yoga über YouTube, online und dergleichen zur Verfügung zu stellen. Das ist eine riesen Herausforderung, weil ich null Ahnung von Technik habe, es bessert sich aber langsam notgedrungen ein ganz kleines bisschen und ich merke, dass die Teilnehmer da wirklich Lust zu haben und die Rückmeldungen sind super. Ja, das ist so das, was ich momentan mache und woran ich arbeite. Von daher habe ich nicht schrecklich viel Langeweile, eigentlich überhaupt gar nicht. Und ich hoffe einfach, dass das den Weg gut bereitet, um dann, wenn alles wieder in Ordnung ist, sozusagen in Anführungsstrichen, weil es auch immer in Ordnung heißt, wenn der Spuk mit Corona vorbei ist, dass dann alles wieder losgehen kann. Und ich glaube, das wird auch passieren, weil die Menschen dann einfach wieder raus wollen. Die wollen dann wieder feiern und die wollen wieder Spaß haben. Die wollen sich wieder sehen, die wollen wieder essen gehen. Und ich glaube, da wird ganz viel Nachholbedarf bestehen. Ja, vielleicht ist das wirklich alles unsere Chance, einfach eine ganze Menge zu lernen, vielleicht unser eigenes Wertesystem mal wieder zu überdenken. Insofern war die Zeit bislang vielleicht auch wirklich noch gar nicht lang genug, um wirklich mal was in unserem Gedankensystem zu verändern. Und ja, das Einzige, was ich wirklich schrecklich finde, ist, dass sowas wie häusliche Gewalt, man hört das immer wieder, dass das für viele Menschen einfach eine Riesengefahr ist für viele Kinder. Und das ist das wirklich Schreckliche auch daran. Und natürlich die Leute, die krank sind. Und ja, ich weiß auch nicht, wohin der Weg führt, aber irgendwie wird das weitergehen. Und ja, und ich glaube, das ist unsere Aufgabe für jeden persönlich zu schauen, dass er möglichst gestärkt aus dieser ganzen Situation rausgeht. Ich werde mich heute mal wieder ins Getrübe stürzen, muss heute nochmal einkaufen gehen, und du weißt, ja, momentan das einzige, fast das einzige gesellschaftliche Happening ist hier. Und ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Du wirst sicherlich reichlich mit deinen Sprachaufnahmen, mit deinen Videos zu tun haben und deine Leser und deine Zuhörer ganz toll versorgen mit weiteren Informationen, was hier so passiert. Also von daher, auch wenn meine Türen im Moment verschlossen sind, passiert hier ganz viel. Und wir können nichts anderes tun, als uns überraschen zu lassen. Aber letztendlich ist das das Leben, oder? Also, ja, ganz liebe Grüße sende ich dir.